Herzlich Willkommen beim Berufspodcast Top Jobs im Wandel. Hier geht es um Karrierechancen für Fach- und Führungskräfte. Mein Name ist Christoph Stelzhammer und mehr Informationen findest du auf berufspodcast.com. Herzlich Willkommen und vielen Dank, dass du diesen Podcast bereits abonniert hast. Und heute habe ich wieder eine Berufskollegin bei mir und es ist dies, die Andrea Patzelt. Andrea, ich begrüsse dich ganz, ganz herzlich beim Berufspodcast Top Jobs im Wandel. Vielen Dank, Christoph. Danke, dass ich da sein darf. Ich freue mich sehr, dass du hier bist, weil wir sind eben, wie schon gesagt, Berufskollegen. Nicht nur aus dem Bereich des Recruitings, du bist ja Headhunterin und Recruiterin und auch bist sehr, sehr erfolgreiche Podcasterin. Und zwar ist dein Thema, sind ja, glaube ich, diese Luxusautohäuser. Was heißt, glaube ich, ich weiß es ja. Luxus- und Premiumautohäuser. Luxus- und Premium, genau, genau, genau. Und du hast auch einen wunderbaren Podcast, Premium-Jobs-Podcast, finde ich super. Höre ich ganz, ganz gerne, eine tolle Sache. Und ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Und zwar möchte ich dir auch gerne die erste Frage stellen. Und zwar, welche Überschrift würdest du wählen, wenn du heute einen Bericht über deinen Lebenslauf schreiben dürftest? Hoppala. Hoppala. Es waren immer die richtigen Menschen im richtigen Moment da. Sehr schön. Wunderbar. Jetzt habe ich noch ein paar Fragen auch an dich als Headhunterin und Recruiterin. Und zwar, was hast du jetzt mal ursprünglich mal gelernt? Also, ich habe ursprünglich Marketing studiert an der Abendakademie. Also, ich bin studierte Kommunikationswirtin. Das habe ich damals in Hamburg gemacht. Und ich habe dann während des Studiums schon in der Telefon-Marketing-Agentur gearbeitet. Also, ich habe dann am Telefon so alles Mögliche verkauft, so Fisch am Telefon verkauft, Theaterkarten. Termine gemacht für meinen Chef, der Orient-Teppiche verkauft hat. Das war eine gute Schule, weil danach hast du vorher nichts mehr Angst. Und ich habe dann, nachdem ich das Studium abgeschlossen habe, bei Schwarzkopf in Hamburg als Produktmanagerin gestartet. War dann Produktmanagerin der Zeit. Und ich bin Mutter von zwei Kindern. Die sind mittlerweile schon groß. Aber als sie kam, habe ich mir so ganz bewusst so, ich glaube, es waren so knapp fünf Jahre Familienauszeit genommen. Und habe in der Zeit mich ganz intensiv um das Thema Fitness, Aerobik, was sich Personal Fitness Training, Ernährung gekümmert. Ich habe da abends, wenn die Kinder im Bett waren, Aerobik unterrichtet und Gymnastik unterrichtet. Und habe da also alle Qualifikationen gemacht, die möglich waren. Und habe dann, als ich dann dachte, es wird jetzt langsam mal wieder Zeit, im Fitnessstudio angefangen zu arbeiten in Hamburg. Und was einfach ein Day-Spa eigentlich war, damals mit Massage, mit Kosmetik. Habe dort 200 Mitarbeiter geführt, habe dort angefangen, auch Mitarbeiter zu entwickeln, einzustellen und zu coachen, was mir damals unglaublich viel Spaß schon gemacht hat. Und habe dann einen Headhunter kennengelernt. Und der war gerade auf der Suche nach einem Spa-Manager in Tirol, im Interalpenhotel Tirol. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ist ja Österreicher. Ja, auf Frauenberge, genau. Wo in Tirol war das? Das war in Telfs. In Telfs, okay. Das Interalpenhotel Tirol ist mitten auf dem Berg und gehört der Familie Liebherr. Und zu dem Zeitpunkt hatten die gerade, weiß ich, einen 5000 Quadratmeter Spa entwickelt und haben jemanden gesucht, der das führt. Und das war so mein Einstieg in die Luxushotellerie, habe das zwei Jahre gemacht, war dann für Mandarin Oriental in Prag, habe dort einen Spa aufgebaut und habe mich dann 2007 selbstständig gemacht. Zunächst im Bereich Wellness als Consultant, habe dann ein eigenes Unternehmen übernommen, ein eigenes Spa in Aachen, habe das vier Jahre geführt. Das war wirklich eine Herausforderung, auch eine unternehmerische Herausforderung, weil das waren so 20 Mitarbeiter, sieben Tage geöffnet, so von morgens um acht bis abends um zehn. War eine gute Erfahrung, habe das gemacht bis 2012, bis so der Spagat relativ groß wurde, so zwischen Familie in München und Unternehmen in Aachen. Und dann bin ich 2012 dann in die Automobilbranche gewechselt, also auch selbstständig. Ich habe da für Premium- und Luxusautomarken Mitarbeiter gesucht für Autohäuser, habe zu dem Zeitpunkt von Automobil überhaupt keine Ahnung gehabt, außer dass ich die Autos schön fand. Wie bist du denn da reingekommen überhaupt? Über einen Kontakt, über einen Coaching-Kontakt, wo es einfach dann darum ging, dass zu dem Zeitpunkt Jaguar Land Rover Deutschland, das war so der Zeitpunkt, ich weiß nicht, ob du den Range Rover Evo kennst, der wurde zu dem Zeitpunkt eingeführt. Und da sollten einfach die Autohäuser vorbereitet werden auf den Markt, also dass da einfach die Mitarbeiter mit den Kunden auf Augenhöhe kommunizieren können, dass genug Mitarbeiter da sind. Und so habe ich dann angefangen mit dem Rekrutieren, habe mich dann so ein Jahr tatsächlich mit Automobil beschäftigt, bin durch Deutschland gefahren, habe die Autohäuser kennengelernt, habe einfach auch die Unterschiede kennengelernt dort und habe dann parallel dazu auch an der Akademie von dem Auto, von Jaguar Land Rover auch so den Premium-Gedanken gecoacht, also Serviceassistenten ausgebildet, Vertriebsassistenten ausgebildet, um einfach auch sicherzustellen, dass die Qualität in den Autohäuser dann auch sichergestellt ist. Also das war eine sehr, sehr spannende, intensive Zeit. Mittlerweile arbeite ich dann eben auch noch zusätzlich für andere Premium- und Luxusautomarken mit dem Schwerpunkt Coaching und Onboarding, weil Rekrutieren kommt dann ja automatisch dazu. Aber ich denke, es ist da einfach immer wichtig, auch das Ganze anzuschauen und auch den engen Kontakt zu den Autohäusern zu haben. Sehr, sehr schön, super. Und das heisst, heute bist du wirklich nicht nur reine Recruiterin, Headhunterin, sondern eben auch Onboarderin und Coacherin sozusagen. Coach, nicht Coacherin, Coach sagt man einfach, oder? Ja, genau. Sehr, sehr schön, super. Und was genau begeistert dich jetzt an deinem heutigen Job? Also mir macht das unglaublich viel Freude, also einerseits den Menschen Jobs, also die Türen zu Jobs zu öffnen, die ihnen Spaß machen, weißt du? Also wenn du da tatsächlich die richtige Mitarbeiterin für die richtige Position oder den richtigen Mitarbeiter für die richtige Position hast und die einfach glücklich sind, also das Gefühl haben, sie sind da angekommen, es macht ihnen Spaß und gleichzeitig aber auch im Coaching zu sehen, was sind denn da so die Stärken, was kann der eine oder andere besonders gut? Manche trauen sich einfach noch nicht und die Menschen da zu begleiten, sich zu trauen, sich noch ein bisschen besser kennenzulernen, den nächsten Karriere-Schritt zu machen und dann einfach erfolgreich zu sein. Also das macht mir unglaublich viel Freude. Sehr, sehr schön, wunderbar. Und du bist ja jetzt auch im Vertriebsumfeld tätig, das heißt, du suchst ja wirklich, oder glaube ich, naja, stimmt, nicht unbedingt. Ich glaube, du suchst ja wahrscheinlich auch umfassender, nicht nur Verkäufer für Premium- und Luxusmarken, Autohäuser, sondern auch andere Positionen sozusagen. Aber mich würde jetzt auch mal das Spezielle das Vertriebsumfeld interessieren. Welche maßgeblichen Veränderungen stellst du momentan fest? Also es ist richtig, also ich suche Mitarbeiter eben für gesamte Autohäuser, also von der Serviceassistenz bis auch bis zum Geschäftsstellenleiter. Im Vertrieb ist es ganz interessant. Also ich habe zu den intensiven Coaching-Zeiten auch sämtliche Verkäufer von Jaguar Land Rover gecoacht im Bereich Servicequalität, im Bereich Premium und habe da einfach auch die unterschiedlichen Verkäufer kennengelernt. Und zu dem Zeitpunkt war einfach auch das Thema der Administration ein großes. Also wie dokumentiere ich meine Kundengespräche? Wie bereite ich mich auf Kundengespräche vor? Wie sorge ich dafür, dass der Kunde sich gesehen, gemeint und gewertschätzt fühlt? Und da war damals schon das Delta sehr, sehr groß, also zwischen den Verkäufern Altersschule, die dann sagen so, ich mache das halt so, wie ich es immer gemacht habe. Und denjenigen, die sagen, es ist wichtig, der Kunde ist derjenige, der letztendlich mein Gehalt bezahlt, ich stelle mich auf die Bedürfnisse des Kunden ein und einfach hinzugucken, was braucht der Kunde, zu welchen Zeiten ist er erreichbar? Was sind die Herausforderungen des Kunden? Welche Lösungen sind ihm wichtig? Und ich denke, das wird immer, immer wichtiger, dass du auch gerade im Vertriebsumfeld Menschen hast, die sich selbst nicht ganz so wichtig nehmen, also die einerseits gut vorbereitet sind, die ihr Produkt kennen, die ihr Autohaus kennen, die den Markt kennen und dann vor allem schauen, wer kommt da rein und was will der heute? Was will der jetzt? Und dass du nicht das Gefühl hast, die Schublade geht auf und du kriegst das Programm XY, sondern du kriegst dein Programm und maßgeschneidert für dich. Und ich glaube, da ist wirklich Handlungsbedarf immer noch. Also das ist wirklich so ein Thema, dass die Kunden zu Recht darauf Wert legen, besonders behandelt zu werden, wenn sie so viel Geld ausgeben für ein Auto. War das denn früher anders? Ja, also ich denke, dass die Kunden einfach alle Möglichkeiten haben, jetzt im Internet sich die Sachen nicht nur zu konfigurieren, sondern auch noch einzukaufen. Und früher bist du halt ins Autohaus gegangen und bist dann mehr oder weniger gut behandelt worden. Der eine oder andere, gerade auch im Premium- und Luxusbereich, hat sich nicht alles gefallen lassen, aber dennoch warst du auf das Autohaus angewiesen. Jetzt kannst du noch verschiedene andere Möglichkeiten wählen und da wird sich auch viel, viel ändern. Du wirst nicht unbedingt das Autohaus brauchen, um ein Auto zu bekommen. Nur wenn der Service stimmt, wenn die Betreuung stimmt, wenn der Verkäufer dir das Gefühl gibt, und du bist nicht irgendwer, sondern du dich gemein fühlst, dann wirst du einfach dann die Kunden binden können. Ich habe einfach so gedacht, wahrscheinlich gerade bei so einem Luxus- oder Premium-Autohaus, da habe ich immer so das Gefühl gehabt, dass man das wahrscheinlich immer durch diesen persönlichen Kontakt, dass man da den Unterschied macht und dass man es nicht gerade online konfiguriert. Bei einem kleineren oder vielleicht einem Standardauto, wo der vielleicht jemand nicht so verrückt viel Wert drauf legt, der kann mir das nur eher vorstellen. Aber gerade bei so einem Luxus- oder in einem Premium-Segment hätte ich den Eindruck gehabt, dass es wahrscheinlich auch heute noch so ist, dass man gerne in so ein Autohaus geht, aber das stimmt offenbar nicht. Doch, natürlich, also wenn du einen Neuwagen hast, klar, und die Atmosphäre ist natürlich fantastisch. Aber auch da machen ja die Menschen Unterschied, ob du gleich begrüßt wirst, ob da die Verkäufer erst nochmal ihr Gespräch beenden und ihren Kaffee austrinken, bevor sie auf dich zukommen. Und das kommt vor, das kommt auch in dem Segment vor, dass der eine oder andere Verkäufer glaubt, dass er jetzt erst nochmal hier seine Sachen fertig schreibt, weil er dann hinterher nochmal schon vorne anfangen müsste, wenn er es nicht tut. Ja, genau. Also da stimmt einfach die Reihenfolge nicht. Hier ist es wichtig und ich denke einfach, da ist es wichtig auch, immer wieder das Augenmerk draufzunehmen, dass der Kunde im Mittelpunkt steht. Genau, sehr, sehr schön. Und was denkst du jetzt aus deiner Erfahrung raus, wie werden sich so die Anforderungen der Verkäufer in Zukunft noch ändern und wie sollte sich vielleicht auch ein Verkäufer heute rüsten, um auch in Zukunft wirklich erfolgreich zu sein? Also Arbeitsmarktfähigkeitsthema, Employability, was? Ja, also erstmal denke ich, dass die Autohäuser jetzt auch umdenken dürfen, was so die Jobprofile der Verkäufer angeht. Also wen suchen sie? Und da wird sich sicherlich viel verändern, weil einfach auch so die Verkäufer, die gebraucht werden, einfach auch gerne flexibel arbeiten wollen. Also jetzt gar nicht weniger Stunden, sondern einfach flexibel, andere Vergütungsmodelle brauchen. Also dass man da einfach auch in den Autohäusern schaut, im Vertrieb, wen stelle ich ein? Was sind die Anforderungen? Verkäufer sind halt gut oder sollten gut im Kunden sein, die sollten gut verkaufen können, gute Zahlen machen, brauchen einfach da auch den Rücken frei. Also da würde ich einfach auch einen Wert drauflegen, sozusagen Vertriebsassistenten in dem Umfeld stärker einzusetzen, sodass die Verkäufer einfach die Zeit haben, sich mehr auf den Kunden zu fokussieren und letztendlich auch dann den Umsatz zu generieren, der dann einfach auch wichtig ist. Also da ist viel neues Denken da. Also das Internet, die Themen, auch die Möglichkeiten, anders Autos zu bekommen, das wird sich verändern. Und da geht es einfach darum, ein Fingerspitzengefühl zu haben, den Markt im Blick zu haben und einfach zu schauen, wie erreiche ich den Kunden, wie kann ich den Kunden binden? Wie findest du jetzt zum Beispiel deine besten Mitarbeitenden für die Luxus- und Premium-Auto-Häuser? Also vom Recruiting-Prozess meinst du? Genau. Okay. Also ich habe jetzt über das Netzwerk die Kontakte, also jetzt über die Jahre seit 2012 ein sehr, sehr großes, sehr intensives und sehr, sehr gutes Netzwerk aufgebaut, was ich pflege und einfach auch den einen oder anderen schon begleitet habe und einfach auch immer wieder im Kontakt bin, wie die Situation ist, was der gerade braucht und Unterstützung braucht. Und es ist häufig auch dann so, dass dann der eine oder andere einfach anruft und sagt, haben Sie was für mich? Es hat da was getan. Also da habe ich einfach so in der Form das Netzwerk. Also ich bin da sehr aktiv auf Xing, ich bin sehr aktiv auf LinkedIn. Ich arbeite eben sehr, sehr viel mit Empfehlungen. Im Prozess selber, wie finde ich die Verkäufer? Also einerseits weiß ich jetzt aus der Erfahrung, wenn ich sie schon kenne, wie sie arbeiten. Wenn jetzt neue Empfehlungen dazukommen, ist es dann so, dass ich dann sehr genau weiß, was die Autohäuser brauchen. Ja, also was für Anforderungen, was für konkrete Situationen in dem Autohaus dann wichtig sind. Und ich habe dann das in Fragen formuliert, sodass ich dann in den Bewerbungsgesprächen mit den Verkäufern einfach sehr gezielt Frage sagen, wie stellen Sie sich vor die und die Situation? Kennen Sie die Situation? Wie haben Sie jetzt bisher darauf reagiert? Was würden Sie konkret tun? Und ich habe dann häufig dann von den Autohäusern schon die Antworten, die die gerne hören möchten und kann das dann entsprechend dann auch vergleichen, auch in der Sprachform weiterreichen und sehe dann einfach auch, wie tickt der Verkäufer. Okay, sehr, sehr schön. Jetzt gehen wir mal weg vom Verkäufer. Ja. Als Headhunterin und Recruiterin. Was würdest du sagen, was zeichnet dich jetzt auch besonders aus als Headhunterin und Recruiterin? Also einerseits, ich habe ein gutes Gespür für die Menschen. Ja, also ich habe ein gutes Gespür für die Situation, bringen die Erfahrung mit und das sowohl jetzt auf Geschäftsführer-Ebene als auch jetzt auf Ebene von den Mitarbeitern. Also ich kann mit einem Mechatroniker genauso sprechen auf Augenhöhe wie mit einem Verkäufer oder jetzt auch mit einem Geschäftsstellenleiter. Dadurch, dass ich jetzt seit 2012 im gezielt mit dem Automobilmarkt unterwegs bin, ist es so, dass ich da ein- und ausgehe, dass ich einfach auch die täglichen Herausforderungen kenne. Also ich weiß einfach auch, was sind die Sorgen von dem Entscheider im Autohaus. Das heißt, ich kann dann gezielt auch in dem Rekrutierungsprozess schauen, wer passt, wer passt nicht, wer bringt die Erfahrung mit, wer bringt einfach auch dann die Ressourcen mit, um dort einfach auch wirksam zu sein. Also ich kenne einfach dann die Sorgen. Ich unterrichte auch an der Berufsfachschule für Kraftfahrzeuggewerbe im Bereich Bewerbung und habe da auch immer wieder so einen Einblick direkt in die Praxis und weiß dann auch, eher was dann so in der Form nachkommt, kann einfach auch dann in der Form vermitteln. Also das ist so einerseits die Erfahrung, andererseits eben auch die Coaching-Kompetenz. Also dass ich da, auch wenn Probleme auftauchen, wenn Stolpersteine, auch nachdem jetzt der neue Mitarbeiter angefangen hat, auftauchen, dass da Lösungen kommen. Also dass ich nicht einfach dann weg bin, wenn der Vertrag unterschrieben ist und die Rechnung bezahlt, sondern dass es dann eigentlich weitergeht. Also was braucht das Autohaus, was braucht jetzt der neue Mitarbeiter, damit das eine Erfolgsgeschichte wird. Und da habe ich einfach viele Autohaus-Gruppen, mit denen ich jetzt schon jahrelang sehr vertrauensvoll zusammenarbeite und wo es einfach dann einerseits ums Coaching geht, wo es ums Onboarding geht und dann wiederum ums Recruiting, wenn der eine oder andere dann ausfällt, weil er krank ist oder weil er sich aus verschiedenen Gründen auch verändern will. Also so ist das immer ein Kreislauf. Und ich denke, dass ich da einfach viel, viel Erfahrung und ja, Expertise mitbringe. Sehr, sehr schön. Wunderbar. Fantastisch. Jetzt habe ich noch ein paar Fragen an dich auch als Person, Andrea Patzelt. Und zwar, kannst du heute wirklich jeden Tag das machen, was du am liebsten machst und auch am besten kannst? Ja, ich kann das schon. Ob ich das dann mache, ist eine andere Sache. Ich lebe dann schon so ein sehr selbstbestimmtes, glückliches Leben und arbeite sehr, sehr viel und arbeite gerne. Und das Schöne ist, ich kann es mir einfach dann aussuchen, wann ich es mache, wie ich es mache und das ist schon eine sehr privilegierte Situation. Schön, gratuliere. Wunderbar. Jetzt habe ich eine kleine Frage und zwar eine philosophische Frage. Was würdest du als deine Mission beschreiben? Was ist dein Warum? Warum glaubst du, bist du auf diesen Planeten gekommen? Was würdest du als deine Berufung oder vielleicht auch als deine Bestimmung beschreiben? Also ich helfe Menschen dabei, ein glücklicheres Leben zu leben. Super. Besser zu werden. Sehr schön. Wunderbar. Herzlichen Dank. Jetzt habe ich noch eine kleine Zeitreise mit dir vor. Und zwar, wenn wir so zurückgehen würden zur 20-jährigen Andrea. Was würdest du mit all deinem Wissen von heute, was würdest du dir noch gerne so ins Ohr flüstern? Gibt es da irgendetwas? So zwei Sachen. Also erst mal, dass ich mir selber mehr vertraue, also mir auch selber mehr zutraue. Also ich habe häufig oft so den Ratschlägen von anderen Leuten viel mehr Gewicht beigemessen als so meinem Bauchgefühl, was immer da war. Also vertraue dir und dann auch trau dich. Also mach das, ja, weil es ist alles gut. Also wenn du rückblickend drauf guckst, ist es eine coole Sache, aber häufig ist es dann so eine Bremse, dass du sagst, soll ich, soll ich nicht. Und ja, also die beiden Sachen. Schön. Wunderbar. Gibt es auch noch irgendwelche Programme oder Internetressourcen, wo du sagst, die helfen mir auch, meine heutige Arbeit noch besser oder optimaler zu gestalten? Gibt es da irgendetwas? Ja, also ich bin ja jemand, die hier mit Blog und Mindmap sitzt und mit bunten Stippen. Ich hatte ja noch einen Podcast vor ein paar Wachen, den Thomas Mangold da. Der hat mich inspiriert, mich mit dem Evernote zu beschäftigen. Das finde ich ganz cool. Da bin ich gerade bei. Und ich arbeite mit Mastertask, aber auch nicht wirklich intensiv. Also ich bin gerne mit meiner Mindmap hier und meinem Blog. Schön. Auch das ist eine gute Aussage. Ganz altmodisch. Das ist schön. Das ist wunderbar. Auch das ist gut, super. Gibt es auch irgendwelche Bücher oder vielleicht auch Hörbücher, wo du noch gerne empfehlen könntest, wo du sagst, die lese ich vielleicht gerade oder habe gelesen, die haben mich selber sehr inspiriert und die möchte ich gerne hier weiterempfehlen? Ja. Also ich habe, also wenn ich jetzt meine Kindle-Bibliothek für dich öffnen würde, da habe ich jetzt im Augenblick viel, viel Französisch-Bücher drin, weil mein Partner Franzose ist und ich mich jetzt mal entschlossen habe, jetzt endlich mal auch Französisch zu lernen. Très bien, très bien. Aber es gibt ein Buch, was ich gerne empfehle und zwar ist das von Tom Mögele und zwar ist das Mindflow-Konzept. Und das ist eine coole Sache, gerade jetzt für diejenigen, die viel Stress haben, die viel oder unter großem Druck stehen, im Job auch, weil das ist eine super Methode, um ganz schnell viel Energie zur Verfügung zu haben und das so ohne in die ESO-Ecke abzugleiten und ohne stundenlang aus dem Fenster zu kommen und solche Sachen zu machen. Also das ist ein kleines Büchlein und das ist das zweite Buch von Tom Mögele und ich finde es großartig. Sehr schön, wunderbar. Vielen, vielen herzlichen Dank. Jetzt, ja, wenn das jetzt jemand hört und sagt, Mensch, ich würde mich wahnsinnig gern mal mich mit der Andrea da in Verbindung setzen. Wie stellt man am einfachsten eben Kontakt zu dir her? Über meine Website andrea-patzl.com Da kommst du auch zum Podcast, zum Premium-Jobs-Podcast, den kannst du halt bei iTunes auch runterladen und bei Spotify, YouTube und also auf allen Kanälen ist der herunterzuladen. Aber wenn du andrea-patzl.com eingibst, da hast du mich. Okay, super. Das ist auch ein Kontaktformular und einfach kurz mir eine Mail schreiben und ich melde mich dann sofort. Sehr, sehr schön. Und auf den sozialen Medien bist du auch mit Xing, LinkedIn, glaube ich. Klar. Facebook auch oder weniger? Instagram? Facebook und Instagram. Facebook bin ich auch, Insta bin ich und Xing und LinkedIn aber hauptsächlich. Okay, okay. Herzlichen Dank, Andrea. Hat mir total viel Spaß gemacht, jetzt mich nochmal auf diese Art und Weise mit dir zu unterhalten. Ganz, ganz toll. Ich wünsche dir weiterhin viel, viel Erfolg. Alles Gute. Besten Dank nochmal. Ich danke dir, Christoph. Alles Gute. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Du hast noch einige wertvolle Anregungen? Du willst mit meinen Gästen in Kontakt treten? Du suchst noch deine Berufung? Du willst einfach einen Job haben, der deinen Fähigkeiten wirklich gerecht wird? Dann freue ich mich sehr über deine Kontaktaufnahme auf berufspodcast.com. Servus und bis bald. Dein Christoph. Host und bis bald. Musik Du hast noch zwei. Du hast noch zwei. Du hast noch lå academics. Du hastошter, es hustle ist. Du hast eben illustrated. Du hast gehört schon rect. 楚.